Ich bin die Mia, ich bin elf Jahre alt und ich spiele jetzt schon lange Klavier, aber ich habe noch nie richtig an der Orgel gespielt. Die Orgel hat Pfeifen, wo dann der Ton rauskommt, wenn man eine Taste drückt. So viel mehr weiß ich gar nicht. Ich finde es total cool, dass man hier den Klang einfach umstellen kann und dass man mit den Füßen auch nochmal so eine Tastatur hat und dann kann man dann auch nochmal spielen. Finde ich eigentlich spannender als ein Klavier. Macht Spaß.